Das ist der Autor. Das ist für beide noch. Achtung auf Bock! Ja, dann, äh... Du, Radomela, wer vorbeiführt denn an? Stimmtschau-Chau-Chau-Chau. Ich hab den Ding bei meinem Schiff. Ich hab den Ding bei meinem Schiff. Ja. Du, Radomela! Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Huber hat schlecht gelaufen. Kein Sera-Shal. Sera-Shal. Das ist mit Sera-Shal. Ja? Wieder mal. Sera-Shal. Bock und Lava. Bock und Lava fehlt noch. Fragen wir mal den DJ? Ist er bereit? Das kann losgehen. Huber, ich würd sagen, let's rock! Glückwunsch. youtubers,ịtten Mann. Boah! Wah! 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 Kein Tag! Kein Tag! Kein Tag! Vielen Dank! So, nun habt ihr ganz ruhig meine Rechtsregung nicht gesehen, denn viel hat sich erstmal angezeigt, was er kann, aber dürft ihr alle entscheiden, wen ihr da besser gefunden habt. Jetzt erst mal... Ich gucke euch mal, was ich mache. Willa, bist du bereit? Sehr schön, guten Abend DJ! Los geht's! Das war Peter! Ein schöner Applaus hier einmal bitte! So, jetzt dürft ihr entscheiden. Ich habe hinter mir die Ohren, die mir zuhören und entscheiden, was lauter war. Ihr dürft jetzt erst mal hier für Guba klatschen! Ja, das war schon nicht schlecht. Jetzt dürft ihr einmal für Peter klatschen! Ja, Peter, das war eine Einigung. Du hast den dritten Platz erreicht. Sieg her und kommen wir gleich im Anschluss. Jetzt kennen Sie erst mal den ersten Satz. Jungs, ihr wisst, komm zu mir, Chris. Bleiben Sie bald. Bleiben Sie bald. Kommen Sie bald. Bleiben Sie bald. Bleiben Sie bald. So, wer darf anfangen für euch? Bleiben Sie bitte hier in Vorsicht! Wir können meine Herrschaften... Ching Shung Champions! Okay, Limeberg an! Bist du bereit, greifst du dich noch nie? Lime ist wieder raus! PJ, los geht's! ... Dann kommen wir zu mir hin. Wir warten hier an, dann gucken hast du Chris. So auch den Mann. Sehr schön, DJ, los geht's! Jetzt haben wir euch gesehen, worum es hier geht um den ersten Platz. Jetzt, euch, euer Applaus entscheidet jetzt. Jetzt wäre er beim ersten bei dem Tanzbetal, beim Freestyle-Betal in der Innenweiser. Jetzt dürft ihr euch mal klatschen für Laimi! Okay, 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 jetzt dürft ihr euch mal Gas geben für Chris! Wir müssen doch mal kurz verraten, was wir auch machen! Wir müssen das für euch noch mal entscheiden. Jetzt müsst ihr euch nochmal richtig Gas geben. Ich zeig euch noch mal wer wer ist. Das hier ist der 11-jährige Laimi. Und das hier ist der kleine Chris. Die beiden haben gerade wirklich Gas geben, alles gezeigt. Und hier und da rein. Es gibt einen 100-Euro-Buscheiß, hier vor unserem Stipp zu laden. Doppelst. Darum geht's. Jetzt geht noch mal alles hier für Laimi! Okay, und jetzt auch noch mal für Chris! Kommt alle Teilnehmer noch mal bitte zu mir! Bitte nur die Teilnehmer, alle anderen bitte noch mal! Wir können gleich gratulieren! Wuhu! Bitte nur die Teilnehmer, alle bitte noch mal hier vorne her zu mir! Oh, ja, das ist ja! Oh, ja, das ist ja! Alle Teilnehmer, alle mal bitte zu mir kommen! Chris! Yes! Chris! Chris! Chris, Reini, Jeff Moubert, Peter, Adi Romozyne, Jacky Lombard, Steven. Der hat sein Stichwort. Ey, ehrlich. Glückwunsch, Chris. Der letzte Verlass beteiligt Fanny und Daniel feiern mit dem ersten Satz, mit dem letzten Satz! Haha, den ersten! Daniel, das ist Daniel! Dann haben wir, das war der Platz 7, also jetzt schon mal die Platz 6, das ist Jumau! Der 5. Platz, erst mal die Angelegenheit, der 5. Platz ist Jumau! WUHUHUHU! Und der 4. Platz, das hier ohne Mann. WUHUHUHUH, der 5. Platz, erst wirklich nicht den Satz! Dieses Runde Rundfunk, hier ohne weiterer Ohrreichs Kildschön! Und dann, der zweiten Platz, Fangenhof gerade entschieden, bei mir, auf deine Saisonkarte geht auch raus. Und der erste Platz, die Saisonkarte, wie ihr zwei Sprenger und der On-the-Ro-Road-Schein-Chris. Vielen Dank, dass ihr heute habt, mir das Sprenger Spaß gemacht. Wir haben euch auch gut, und wir sehen uns endlich auf der Saisonkarte. Tschüss! Heide, tschau!